was für eine schöne opa da muss einer dringend in den keller könnte doch einer mir die tür aufmachen ist der feine linus musst du trinkt in den keller du bist ja schon fast außer atem linus schon dass heute mittwoch ist und nicht arbeiten gehen das interessiert ich gar nicht mal so sehr püppi wie gefällt dir das lied sie ist begeistert aus nein heute gehen wir nicht in den keller samstag kannst du da mal den ganzen tag rumlungern ja 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 Vielen Dank.